Danke Felix, dass du jetzt so einen netten Tönen über mich redest. Echt rührend. Ja, da kommen mir auch fast die Tränen. Hallo und herzlich willkommen bei Felix.hz.games. Zurück zu Let's Play Minecraft. Ich hab mal wieder in Anführungsstrichen Stargast dabei, nämlich den SuprimeFX aka Suprime Games. Hallo. Und ja, das letzte Mal waren wir in der Mine und haben alles mögliche da unten ausgebaut. Und ich weiß diesmal wieder nicht, was ich tun soll. Den größten Teil davon hab ja eigentlich ich gemacht. Ja genau, das hat er alles gemacht, so offscreen. Das habt ihr nicht gesehen. Immer wenn ich ganz oben im Baum war, war er unten. Und dann immer abwechselnd. Ja, er hat schon 90% meiner Arbeit erledigt. Ja. Also das wollten wir eigentlich erst bei der 100. Folge sagen, aber... Ja, das war jetzt, das muss jetzt leider ein bisschen früher raus, aber... Ja, läuft. Läuft. Und ja, für alle möglichen Leute, die jetzt für so Let's Plays wie Slender und Minecraft und so interessiert sind, die können ja mal zum Suprime Games drüber wechseln. Warte, ich schreib dir mal kurz hier. Ja, ich mach nur Slender, ne? Slender und... Du hast Slender gemacht und im Großteil bist jetzt Minecraft. Und, äh, ja. Der macht zumindest ziemlich coole Videos. Fär echt cool von euch, wenn er dem Abo dalassen würde. Dann würde es bei mir sowieso nicht viele bewirken, aber... Ich hoffe einfach mal. Aber läuft. Ach, mal gucken, was kann ich denn hier wieder tun in meiner Mine. Oh, dann laden die Chunks mal wieder nicht. Ich heiße OpenGL. Äh, das mache ich mir lieber aus. Ich lasse uns flackern die Chunks hier wiederum. Äh. Holz-PC. Was hast du so zu erzählen? Was ist so besonders in deinem Leben bis jetzt passiert, in letzter Zeit? Ja, in meinem Leben ist in letzter Zeit, äh, passiert. Äh, ja, also ich hab, ähm... Ich hab halt morgen den Joghurt gegessen. Das erste Mal richtig alleine, äh, Slender gespielt. Und ich hatte übel Schiss. Äh, das kann man aber auch im Video sehen. Und da hab ich geschrien wie so ein Kiddy, ey. Ja, du hast ja in die Ecke gedreht und dann kam der Slenderman. Ja. Ja, das war lustig. Das war wirklich so ein, ähm... Das war ja echt Pech, weil normalerweise kommt der, glaub ich, gar nicht so random. Ja. Vor allem, wenn man dann in die Ecke guckt. Ja, ich hab da einfach... Ich dachte, ich wär sicher, ne? Äh, guck einfach die ganze Zeit in die Ecke. Und dann auf einmal kommt der Slender. Ja, das ist echt eine miese Sache. Ja, aber hast du das eigentlich nochmal neu aufgenommen, oder? Äh, nee, nicht. Ich hatte, wollte... Ich hab gestern Abend mit, äh, Simon von Unschwer, falls ihr ihn kennt, ähm, hab ich, äh, angefangen, äh, aufzunehmen. Aber dann, aber ich so, hatte ich so zwei Zettel, dann hab ich gesagt, nee, ich kann das nicht, ich hab zu viel Schiss. Naja, also bei mir ist es wirklich so, wenn ich diese, hier so Amnesia und so spiele, dann raff ich mich einfach zusammen. Ich versuch dann... Ja, dachte ich auch mal, ne? Ich dachte auch immer, ja, komm, raff dich jetzt zusammen, ne? Da kam schon diese Intro, sie... Dim, 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 und ich dachte auch, scheiße, ne? Ja, das bei mir, ich freu mich wirklich wie so ein Behinderter, wenn bei mir die zehn Minuten vorbei sind. Hä, wieso freust du dich wie ein Behinderter? Freuen sich Behinderter? Ja, okay, das... Das ist eine gute Gegenfrage, ja, aber... Ich freu mich echt, äh, extrem, wenn ich damit fertig bin, weil ich das dann hinter mir hab. Weil, naja, ist ja, äh, auch echt eine Qual. Warte, um kurz hier das absiedern zu machen. Dunkelheit kehrt ein. Ah, Arena 5 geht los. Genau, er spielt gerade nebenbei Hunger Games auf dem gommaht.dk-Server. Ja, was dagegen? Natürlich hast du was dagegen, hä? Ja. Was willst du jetzt eigentlich, Alter? Lan. Hadelan, Peter Pan. With a villain. Wallabida, Tintenkeeler. Marbrus LP? Marbrus LP. Okay, der Marbrus FX, der hat mir das Kanaldesign gemacht. Einmal dafür. Auch dank... Ah, der ist einfach nur schlecht, ey. Boah, schlechter Designer. Naja, aber... Ein schlechter Let's Play, aber auch einen schlechten Designer. Also eigentlich ist alles so voll scheiße, aber mein Kanaldesign ist... Ja, gut. Das ist das Beste, was der Jäger gemacht hat. Nein, Spaß. Also ich... Ich find seine Arbeit gut. Ja, ich find den auch nicht schlecht. Nicht, dass sich jetzt hier nur noch so ein Grafiker-Streit sich entwickelt. Nein, ich hab nichts gegen Marbrus. Ah, okay, dann ist ja gut. Ich hab es nur durch Spaß gesagt. Ihr Runden. Hast du deinen... Hast du deinen neuen... Deinen neuen Background eigentlich schon fertig? Ja, den hab ich schon fertig, aber ich hab noch... Äh, keine Lust gehabt, den Banner zu verlinken. Äh, deswegen hab ich noch nicht so... Jetzt so großartig was da dran gemacht. Also ich bin hab den ja schon fertig, ich werd dann wahrscheinlich so morgen oder so hochladen. Okay. Da hier der Justin, für Leute, die vielleicht seinen Grafikkanal noch nicht kennen. Der heißt nämlich auf YouTube SuprimeFX und da hat er mittlerweile über 3200 Abonnenten, glaub ich. Kommt hin, ne? Ja, kommt hin, läuft. Und das hat sich schon für größere YouTuber wie, äh, wie Con Crafter oder ich glaub Blavlog. Ja, richtig. Genau. Ein Blali. Und halt so... Alle möglichen Leute hat da schon einen Kanaldesign gemacht. Also der... Der hat schon ordentlich was drauf und da könnt ihr auch mal vorbeigehen und den abonnieren. Danke, Felix, dass du jetzt so einen netten Tönen über mich erwähnest. Echt rühren. Ja, da kommen mir auch fast die Tränen. Läuft. Läuft. Ich will im Umgang mal hier wieder Torches machen. So. Ich gebe Schlampe. Ups, Entschuldigung. Kein Problem. Das wird bei mir eh nicht zensiert, ey. Ah, wirft er mir so einen Schuh zu und denkt, ich würde Frieden machen. Und dann bringst du ihn um. Ja, und dann fliegt gerade so der Schuh in meine Fresse und mein Schwert fliegt in sein. Muhahaha. Muhahaha. Jetzt müsste ich alle diese Hater-Stimme vorstellen. Mhm. So. Boah, Hater sind cool, man. Ja, Hater sind cool. Yeah. Hater. Ich liebe Hater. Oh, ist der nicht putzig aus. Äh. Jetzt muss ich hier ein bisschen schneller schmecken. Oh, ich habe sogar Eisen im Inventar. Haha, genius. Äh. Und einmal da. Dann gehe ich einmal hier. Nehme ich mir das hier mal. Ich habe schon ein bisschen Red Song geholt. Das freut mich, weil dann kann ich nämlich ein paar coole Red Song-Konstruktionen bauen. Oh yeah. Like a boss. Like a boss. Like a boss. Boss. Okay, dann versuche ich mir hier den Spawner auszuleuchten. Und machen wir hier diese ganzen Sachen weg. Weil ich habe nämlich hier einen Spawner gefunden. Einen Spinnenspawner. Und dann kann ich theoretisch so eine XP-Farm umbauen. Weil ich habe ja jetzt Red Song und sowas. Da brauche ich nur Slimes. Das ist die einzige Schwierigkeit. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo hier Slime-Junks sind. Das ist das einzig Mies. Ich habe ja Glück und sehe irgendwann mal welche. So. Wir sind jetzt schon gleich bei sieben Minuten angelangt. Oh nein, sieben Minuten schon. Es geht ja viel schnell vorbei hier. Dann muss gleich schon wieder der Justin schön sagen. Ich habe morgen... Ich muss gleich schon ins Bett. Wir haben nämlich schon 8 Uhr. Ähm, wir haben viertel nach neun. Ah, ich vielleicht die Monster aus. Ja, so sieht es aus. So. Ja, ich habe nämlich morgen wieder Schule. Ich wohne auch an NRW, oder? Ne, Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. Hast du jetzt noch Ferien, oder? Ne, leider nicht. Na, schade. Ja. Würdest du mich damit jetzt dissen oder was? Komm ja, komm ja, komm ja. Ja, natürlich, ich will mich damit dissen. Ich weiß gar nicht, wann das Video jetzt online kommt. Das dürfte eigentlich jetzt von jetzt aus gesehen halt morgen, das wäre dann Montag, wenn nicht, dann kommt es halt Dienstag, dürfte das eigentlich online kommen und ich habe halt jetzt den Montag wieder Schule und naja, ärgerlich. Aber kann man nichts machen. So ist das Leben. Der Lennart-Eisenschwert. Mach ich mal. Ach, du arbeitest mit Marvel-Haus gerade zusammen? Ja. Sauere Sache. Ja, der wirft einer Perle. Ach, wenn ihr so ein paar Hunger Games Matches von mir sehen wollt und ich lade hier zum Beispiel jetzt keine hoch, dann könnt ihr mal auf den Kanal ungespielt gehen. Das ist nämlich der Unschwer, das ist ein Freund vom Simon, der hat einen Gaming-Kanal und da habe ich... Ein Freund vom Simon. Ein Freund vom Justin, der Simon, der hat nämlich einen Gaming-Kanal. Und da war ich... Da habe ich mich auch schon in einem Hunger Games Match mitgemacht. Bei dem einen jetzt nicht, weil da habe ich gefehlt, da habe ich den Start verpasst. Und in dem anderen Video dann wiederum schon. Und das war ganz lustig. Der macht halt ungefähr dasselbe wie der Justin. Wie der Justin. Wie der Spuli-Anne. Ha, wirft dieses Opfer da mit dem Eisenschwert die ganze Zeit mit Enderperlen rum und stirbt dann da durch. Und der hat der Eisenschwert. Hol ich mir, hol ich mir meins. Oder hat Mabas das jetzt schon? Alter, das liegt hier auf dem Boden und nichts passiert. Ist so lustig, wir reden in meinem LP über Hunger Games, wie du gerade spielst. Na und? Na und, was dich gegen? Alter, ich gebe dir gleich eine Barbershell. Komm her. Junge. So, ich fange jetzt mal an, hier wieder meinen Cobblestone auszusammeln. Ich nehme mir mal ganz schnell das Eisen hier. Boop, meins. 18 Level schon, meine Phrase. So, mal ganz schnell hier wieder Waffeln essen. Nach einer weiteren Minenarbeit beende ich dann auch gleich wieder hier die Folge. So, mal ganz, ganz rasch ins Bäumchen hinein. Geschwind. Toll, jetzt habe ich den gekillt und mal was, so kommt das Eisenschwert hier drin. Das ist ein wunderschöner Sonnenuntergang. Nö, 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 nö. Und ab in das Bäumelie. Da los. Der hat bessere Rüstung als ich und der Eisenschwert, obwohl ich den gekillt habe. Und jetzt wird er mich töten. So, ich stelle mich dann mal wieder hier an meinen Startpunkt. Ja, mach doch. Ja, ich sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal etwas, dann kann ich auch noch mal entschuldigen. Äh, entschuldigen. WTF, äh, der kann sich mal verabschieden. Verabscheuen. Verabscheuen. Okay, der Dustin kann sich mal eben verabschieden. Oder auch nicht. Und gewonnen. Ich habe gewonnen. Das tschüss sagen, Dustin. Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play MeinKopf. Haut da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Haut herein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.